So, zur Band Nummer 2, Sketchbook Quartett. Dazu ist zu sagen, es ist ein Quartett rund um Leonards Choroper, ein Musiker, der hier die sogenannte, wie soll man sie nennen, Carte Blanche inne hat. Er ist nämlich Leiter der Stageband, die einmal im Monat für eine ganze Saison gastiert und Neues ausprobieren kann, bewährtes irgendwie manifestieren kann. Und der die Möglichkeit hat, hier eben eine Saison lang sich zu präsentieren und der leitet nicht nur eben dieses Stageband-Projekt, sondern auch sein eigenes Quartett, das sich Sketchbook-Quartett nennt. Sie hören Konstantin Kreutler, das war der Kollege, der sein Schlagzeug gestimmt hat, jetzt stimmt alles. Sie hören Daniel Moos an der Bassklarinette und Electronics, Andi Tausch, an der Gitarre und eben Leos Choroper, ich darf viel Vergnügen wünschen, Sketchbook-Quartett. Applaus Musik 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 Applaus 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 Schönen guten Abend und vielen Dank fürs Kommen. Wir freuen uns sehr im Rahmen dieses Showcase-Festivals spielen zu können. Sie hören lauter neue Nummern, die wir im Lockdown geschrieben haben. Die erste war, ist inspiriert von unserer Geras-Reise und heißt das intensive Leben in Geras. Und jetzt spielen wir drei Stücke in Folge, weil wir haben ja keine Zeit. Es gibt ja ganz viel Beins und viel Musik. Die nächste Nummer heißt Kekowa und Kekowa ist eine Insel. Viel Vergnügen. Anja als die 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 der die Musik 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 Das war's für heute. mpfen WITHИ skulle IN DOWNㅠㅠ aitis ņ da te antes Leute áp terrible Schiller cho schché sch Scrlichkeit sch безопас de sch r sch de s sch 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 Musik 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 Da, 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 da! Vielen Dank. 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 Konstantin Breutler Horvath, Andy Tausch, Daniel Moser, mein Name ist Leonhard Skoropoff. Vielen Dank fürs Kommen. Viel Vergnügen noch bei den weiteren Bands. Es gibt CDs, es gibt CDs oben von allen Bands, glaube ich, wenn Sie Lust haben, shoppen zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank.